Die Befürchtung der Stasi war unbegründet. Louis Armstrong kannte die politische Situation. Auf der Bühne blieb er der Entertainer. Durch seine Musik und durch sein Charisma schaffte er es, die Menschen hinter dem eisernen Vorhang in seinen Bann zu ziehen. Doch neben der Bühne entdecken wir dank Stefan Schulz einen unbekannten Sajjman. Angesprochen auf die Mauer sagt er, was er davon hält. Sein Ausdruck war jetzt ein bisschen stark, indem er gesagt hat, wir wollen über die anderen Sachen vergessen, nicht denken wir nur an die Musik. Das Buch zeigt neue Facetten des Weltstars. Unpolitisch war der nicht. Er machte seine Politik mit anderen Mitteln.